so weiter geht's mit fuck right primal und herzlich willkommen zurück wir sind immer noch ein bisschen unterwegs zu farmen weil wir brauchen dringende erfahrungspunkte und alles und dann um vielleicht irgendwann mal wirklich dieses okay haben wir schon die richtigen tigern zu fahrholen doch das ding immer mit hier ja ja wir kommen nicht immer auf den direkten weg ran manchmal müssen wir auch einen kleinen umweg nehmen so die aber beide kurz weg ist liegt sicher sicher manchmal schrecken uns die kleinen jungs ein bisschen ja so gut Ich höre doch was. Leider bin ich. Kriegst du die nicht bauen? Und doch jetzt. Tja. Tja. Komm, geh mal sterben jetzt, Alter. Jetzt haben wir es. Meine Güte. Der hat aber richtig viel gefressen an Gegner. Der hat aber richtig viel gefressen. Scheiße. Ich meine, der ist hier wieder beliebt. So. Ich sehe, dass der nicht rumliegt. So, jetzt müssen wir... Ist das nicht angezündet, das Ding jetzt? Ja, das ist jetzt. Aha. Wahnsinn. So, wo ich geht, äh, die heute nicht. Platsch. Damit haben wir das Ding komplett erobert. 7 von 16. Auch Leuchtfeuer. Fehlen jetzt noch 9. nicht. Aber wir haben einen weiteren, ja, Schnellreise.com gemacht. Das war eigentlich der Plan an der Sache. Gut. Da haben wir das Ding auch erledigt. Ähm. Jetzt haben wir hier eine Höhle. Okay, die brauchen wir nicht unbedingt. Ähm. So. Wir haben noch so viel Zeugs zu machen. So viel Tier zu jagen. Hast du nicht gesehen. Also wir haben noch einige Aufgaben auf jeden Fall. Na, das sind wir aus dem Posten. Genau wie das Leuchtfeuer. Also, wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was... Eigentlich ein bisschen was zu tun. Echt? Ja, gut. Die Frage ist, wie... Es ist klar, dass wir das Ding nicht erobert bekommen. So einfach. Okay. Ah, okay. Wir haben... Wir spielen schon auf einfach. Das ist das Problem an der Sache. Äh, ne. Eine weitere Fähigkeit. Ein Fähigkeitspunkt. Ein Fähigkeitspunkt. So ist es richtig. Das sind Freunde, wa? Hoffentlich. Ich höre nur Stimmen gerade. Hm. Die Nummer sei. So, aber was wollen wir denn machen? Eigentlich würde ich das Ding so gerne noch mal machen. Ich würde mir das Ding gerne noch mal antun. Wir haben jetzt ein bisschen was über Fähigkeit noch zu gewonnen. Wir haben jetzt ein bisschen was über Fähigkeit noch zu gewonnen. Ja. Wie gesagt, wir sind ja gar nicht mal... Eigentlich sind wir ja gar nicht mal so schlecht gewesen. Wie gesagt, es lief ja dann irgendwann kam diese Scheiß Feldspalte noch dazwischen. Aber mein Rücken tut gerade ein bisschen ziemlich weh eigentlich schon. Das ist ja so ein Venue-Ereignis. Das ist ja so ein Venue-Ereignis. Und jetzt geht's! Oh nein. So, was ist denn? Oh nein. Ich hab einen einen Fahler gebraucht. Um die Jungs da zu kriegen. Ich hab's ja nicht mal, wir haben da in der Maschine. Aber ich hab's ja auch nicht mal was gemacht. Zumindest in einen. Wir haben jetzt fast 100 Bevölkerung. Das ist gut, dass die Kälte bei der Feier einbrennt. Also wir sind hier mal dazu. Dann habt ihr hier zu spüren. Die Kälte bei der einen Ratschern zu kommen. Aber ich weiß es nicht. Wir sind hier wieder zurück. Hier ist die Latschern. Ich bin hier. 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 Da hoch, wissen wir auch. Oh, oh, oh. Schnauze. Down. Bisschen kill, ne? Ich heisse, ich spür. Scheiße, ich ging an der Nähe und gerufen. Das ist jetzt alles anders ideal. Scheiße. Was? Heiei ei 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 Ich muss dich komplett mal heim wieder Das ist das Problem an der Sache, wenn auf einmal Gegner oben einen rum sind, die eigentlich Null damit zu tun haben und dann auf einmal, oh, wir müssen alle auftauchen. Das ist das Problem an der Sache. Ich hatte auf einmal keine Pfeile mehr, ich konnte mich nicht gleichzeitig heilen, weil so viele Tausend Gegner auf mich angeprasselt sind. Fuck it, Alter. Und dann hängen wir schon wieder an diesem Punkt fest. Ich Katze, ich will dieses Ding eigentlich holen. Ich will diesen Scheißpunkt irgendwie erobern. Das ist das Problem an der Sache. Oh, mein Gott, mein Gott. Das geht hier nicht angegriffen, oder? Ja, wir sind wieder hier. Herzlich willkommen zurück. Das Problem, wir müssen jetzt mit der Eule ein bisschen warten. Ich würde ja am liebsten schon mit der Eule die ersten wegsnacken. Was brauchen wir jetzt, Moritz? Also bis das Umfeld... Kein sei, dass ein bisschen was weg dauert jetzt. Umso mehr ich doch mal mit der Eule wegkriege, umso besser ist es. Weil wenn am Ende nur noch der eine übrig ist oder zwei übrig sind, das wäre das was anderes, als wenn ich jetzt wirklich tausend Dinger, tausend Tuppen da rum drin habe. Das Eier ist ja jetzt mittlerweile tot. Oh, wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich dachte, ich glaube, wir sind wieder in den Heiligenswichter rum. Der eine ist gepanzert, ja. Ich habe sie gepanzert. Mit dem Fritz kriege ich nicht weg. Das ist das Problem jetzt. Das sind ein paar, das weiß ich auch. Oh, das wird ein halbes Stück Arbeit werden. Das weiß ich auch. Aber gibt es doch nicht irgendwie noch mehr. Bist du hier oder so? Ich muss ja eben mit dem Fritz machen. Der ist tot. Ich meine, wenn die zu mir kommen würde und ich die Nahrung auch wegkriegen könnte. Ich habe den nicht von der Entfernung, von der Position geholt. So, perfekt. So, perfekt. So, perfekt. Ich habe keine Weisheit gesehen, das ist das Problem. Ich kriege aber auch keinen. Da sind trotzdem einige, ne? Scheiße. Da habe ich auch eine Überraschung. Ich meine, da oben muss ich den auf jeden Fall gucken. Scheiße. Ich brauche meine Bestie auf jeden Fall. Jetzt habe ich die nicht da, weil der ist tot, ne? Im Zweifel werde ich die ja mit der Bestie gerne arbeiten lassen. Komplett. Nach und nach. Scheiße. Scheiße! Tot. Ja, das war eine Überraschung, dass ich die nicht hier erwischen konnte. Oh, ich habe sie nur noch nicht tot. Fickt euch doch, Alter, mal von mir! Ich komme nicht raus hier. Ich habe keine Bienenschwärme. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Luft, dass ich mich wieder ein bisschen heilen kann. Hei, hei, hei. Ja, meine Güte! Geht mir doch nicht alle auf den Sack, ey. Greift mich die ganze mit 50.000 Mann an und ich kriege euch nicht down. Und ich kriege euch nicht down, das kann noch nicht sein. Ja, wieder bin ich zu blöd dafür oder ich kriege es einfach nicht hin, ne? Wir probieren es im nächsten Part nochmal. Ja. Ja.